...dämme aufnehmen und dann ausatmen mit dem Mund. Geh nicht. Nicht stehen bleiben. Nase ein, kurz aushalten und dann ausatmen mit dem Mund. Vorne ich mal, Du sollst dich ausholen, erholen. Schuss! Schau, schau. Oh, das war nicht mehr. Man muss nicht weiter nachdenken, ohne unattressiv zu werden. Weiter. Beweg deinen Körper, lass dir die Hände um. Mach mich klar. Stopp! Das war's, man.